Die armen Viecher tun mir so leid, weißt du, die laufen rum plötzlich, obwohl du im Raum bist, ja, sie dachten, sie waren geschützt, ja, vor jeder Witterung, die Pestmaden und torkelnden Leichen, aber nein, als Salia ihre geheiligten Hallen betrat, begann der Hagelsturm auf sie herab zu peitschen. Und ein Meteor kam auch. Sie hatten keine Chance. Hi, hier ist Max und willkommen zurück zu Diablo 4. Wir suchen Nerel. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ach, ihre Mutter ist irgendwie, wir haben sie umgebracht. Voll seltsam. Ich habe gestern Abend erst gespielt, aber jedes Mal, wenn ich wieder ins Spiel zurückkomme, denke ich, ich weiß nicht mehr, wie man es spielt. Kann doch nicht sein. Machen wir erst, was auch immer ich gerade mache, bevor ich irgendwas aufwerten gehe. Aber hier, hier muss sie sein. Vielleicht muss sie hier auch nicht sein. Okay, das habe ich ja schon und ja, noch mehr Frostfertigkeit. Oha! Betretet den verdunkelten Hain! Was auch immer. Gewundener Weg. Schleier der Horadrim. Ich bin genau richtig gelevelt hier. Äh, nicht, dass ich wieder beim Endboss einfach sterbe. Das klingt immer so enttäuscht. Schon wieder kein Mana. Voll blöd. Noch mehr cooles Zeug. Was mir halt gerade abgeht, ist eine coolere Waffe. Was ich natürlich machen könnte, langsam mal wieder auf, ähm, Zweihand umsteigen. Also auf, auf, auf zwei einhändige Sachen umsteigen. Ich brauche quasi 334. Zweimal, ja, wir müssen doch mal schauen. Alles zu groß. Die Geräusche sind cool. Ich erinnere mich an den Glücksbärchen-Film. Der Baum war echt gruselig, ne? Wo ist sie? Hier ist was, das... Wer zur Hölle ist das? Glaube ich dir? Könnt ihr auch einfach gelogen sein. ganz ruhig. Euch wird hier kein Leid zu tun. Tristram. Ich habe den Eindruck, dass du mich an... Wer bist du? Ist das Deckard Cain? Als Wolf? Ich will Geld. Gebt mir dein Gold. Ich will Geld aufhalten und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadro folgt, schafft ihr das nie. Kann ich vielleicht noch eine klarere Anweisung haben? Ich will erst mal noch gucken, ob hier nicht noch irgendein cooler Scheiß ist. Soll das jetzt die Kathedrale aus dem ersten Teil quasi sein? Auch hier schön mit dem Bekschinski-esken Schmodder drumrum. Das ist doch 100 pro Deckard Cain. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr seht. Und jetzt gebt mir all das Gold. Ach, interessiert mich doch so. Ich werde nicht länger mit einem Wolf reden. Wieder in der Illusion des Horadri. Nerell, da seid ihr ja. Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Ich kann die Sachen nicht überspringen. Ich kann die Sachen nicht überspringen. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Weig befinden. Okay. Schadenlicht. Dann Chance. Ja. Johnson. Ja. 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 Was ist der Blitz, Dinger? Nerven! Drei gesichtige Statue. Ich sehe... Ach, da oben. Hä, was? Was für Gesichter? Oh, wir sind wieder zurück. Mistralwald. Cool. Ach, ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Der Stator war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe. Weil so ein Wolf als Gefährten dabei zu haben, wäre schon auch irgendwie cool. Können wir das haben irgendwie? Horadrim, Horadarim. Oh, schade. Das Horadrische Gewölbe. Schauen wir mal, was hier Phase ist. Sind wir hier richtig? Aber was genau erwarten wir denn? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Du willst über den Schwarzen See und ein Boot ist offensichtlich keine Option. Ich weiß zwar nicht, warum alles immer so kompliziert sein muss. Ja, ich gucke ja schon. Ah, geil. Stachelratte. Meine absoluten Hassgegner aus dem Einser. Denn die Dinger haben auf höheren Schwierigkeitsgraden... Die haben mir den Tod gebracht. Noch und nöcher. Ich hatte schon viel über das Tor gehört. Noch ein Buch? Ja, Mutter ist leider hinüber. Dann komm halt mit! Ich gehe hier schneller vor. Wenn du hier lesen willst, kannst du das tun. Okay, zwei Tore. Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Ich meine, warum habe ich eine verschlossene Tür und hinter der Tür verschließe ich eine weitere Tür mit demselben Schlüssel? Eine interessante Frage. Nein, ich weiß es nicht. Deswegen bitte ich dich, mich einzuweihen in deinen Plan. Kommunikation, Fräulein. Hier sieht es gruselig aus, weil rot. Schönes Arbeitszimmer. Hier hat man viel Platz, um auch ein bisschen Sport zu machen. Gibt es hier ein Buch? Ach guck mal, das ist doch ein schöner Moment. Das war ein sehr schöner Moment. Ein gebundenes Auge. Das könnte was für mich sein. Oh, okay. Warte mal, das habe ich nicht gesehen. Drubenfürst. Da ist er wieder. Johnny Mac Drubenfürst. Mir fehlt das nötige, Mann. Äh, hoch. Okay. Also ein Buch. Ein Buch. Hier ist ein Warum. Kann ich hier... Nein. Schort, Heroldin Lilifs. Woher weißt du denn, dass ich das Buch will? Hast du mich... Hast du mich belaufen? Oh, das sieht gefährlich aus, was sie da macht. Ähm... Warum heißt sie... Schort? So, und zack. Und zack. Die steckt ziemlich viel ein, ey. Was genau soll ich da tun? Ich meine, wir können natürlich den hier machen. Sie hat viel Energie. Aber nicht genug für mich. Was bei den, ähm... Was ich sagen muss. Parken. Komm schon. Und es kann sein, dass mir das noch mehrmals zugehen wird. Ich kann irgendwie nicht mehr so ganz beurteilen. Im Gegensatz zu den früheren Teilen. Wann wir jetzt einen Akt-Entgegner vor uns haben und wann nicht. Also vielleicht merkt man's. So an der... An der Intensität dann nochmal. Wow. Okay. Okay, aber das war's jetzt hier für dich. Dann und... Bam. Noch ein gebundenes Auge. Also klar, das war jetzt... Das war jetzt kein... Oberboss. Nehme ich an. Aber weiß ich es? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich kommt aber... Ich würde hoffen, dass... Vor einem richtigen Boss eine Cutscene kommt. Wieso ist sie denn jetzt da hinten? Ach, weil sie liest. Okay. Kapiert. Ja, und während ich hier... Kämpfe wie blöd... Hast du hier Bücher gelesen? Ratma? Danach haben wir nicht gesucht. Nein, aber es kann trotzdem funktionieren. In diesem Buch muss es einen Zauber geben, der meine Mutter... Nein, lass deine Mutter da, wo sie ist. Wirklich, ich... Das ist keine gute Idee, was du vorhast. Pet Sematary hat's uns gezeigt. Nichts zurückholen, was mal weg ist. Meine Mutter wird uns helfen. Ich... Ich... Nein, das ist einfach... Das ist einfach eine blöde Idee. Oh. Ja. So. Trefft mich dort unten. Wo? Was ist mit der Tür rechts? Gut. Also wahrscheinlich ist es dann... In der rechten Tür geht es dann zu... Zu dem richtigen Boss da. Okay. Hier ist noch irgendwas. Das geheiligte Beinhaus. Hier unten ist noch dieses... Folgt dem astralen Ruf. Komm, machen wir das auch mal. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber es ist ein vorrangiges Quest. Also mache ich es vielleicht lieber. Folgt meinem Astralkörper. Pa-ra-pa-pa-pa. Ach so, ich wollte mal gucken, was ich hier Schönes habe. Amulett 330 Gegenstands macht. Ne. Seltener Fokus. Ich meine, wenn wir jetzt noch... Ähm... Oh, das ist gut. Gegen Blitz. Ähm... Das ist nicht schlecht, aber eigentlich nicht. So, wenn wir jetzt... Wir haben hier 216 Schaden pro Sekunde. Bisher habe ich 243. Jetzt brauchen wir noch ein Einhand-Wäffchen mit... Naja, schon irgendwie so 300. Sonst bringt das nichts. Naja, so richtig der Brüller ist es nicht. Okay. Tötet die Kanalisiererin, um die Riten zu unterbrechen. Okay. Machen wir. Okay. Ey, wie soll man das denn schaffen, ey? Der ist auch viel höher gelevelt als den. Geil ist anders. Aber gut, immerhin Erfahrungspunkte. Dann will ich hier oben vielleicht noch mal ein bisschen... Ich kann hier Feuerwand noch ein bisschen motzen. Ähm... Stab... Oh, ein Stab, der besser ist. Nehmen wir. Nehmen wir. Bitte vergebt das mentale Eindringen. Ich suche nach einem Buch, das als vergessener Kodex... ...leider simmelt es an dich. Ich werde tun... Vergessener Kodex. Gehaltigtes Beinhaus. Und wo soll das sein? Ah, direkt hier. Tötet die dämonischen Frontsoldaten. Okay. Kein Problem. Da ist schon der erste. Der erste. Hm, hm. Ja! Ich könnte ja irgendwann auch mal diese Elixiere benutzen. Wäre da auch mal eine Idee, oder? Okay. Elixiere bringen bestimmt irgendwas. Ich habe noch nicht mal geguckt, welche es gibt. Aber das ist meine Art zu spielen. Ich benutze so lange bestimmte Mechaniken einfach nicht. Bis es nicht mehr anders geht. Schauen wir uns nachher an. Wir machen erstmal den Spaß hier fertig. Diese Attacke ist so cool, ey. Irgendwas Größeres ist da oben. Ah ja, da ist dieser... Ich habe hier... ...dämonischer Frontsoldat! Weg! Diese Einfriererei ist gemein. Ich sollte auch damit aufhören. Äh... Okay, ich habe die... ...beiden Dinger besiegt. Und jetzt reise ich in die axiale Kammer. Auch hier, ich verstehe es wieder nicht, ja. Ich habe diese... ...diese Dungeons ja schon gehabt, wo man dann an eine Tür kommt und dann hieß es, oh, ein Schloss. Suche den Schlüssel oder öffne die zwei Seilwinden, woher auch immer ich das dann wusste. Aber warum musste ich denn jetzt diese beiden axialen, äh, Fürsten der Dämonen töten? Mach, jetzt erzählt diese Dungeons anders, hm? Sonst ist das echt verwirrend. Oh nein, nicht wieder die mechanischen Kisten. Oh nein. Das ist der Kodex. Okay, das ist das, weswegen ich eigentlich da war. Egal, wir machen trotzdem noch den... ...den Dungeon machen wir noch fertig. Ich weiß nicht, was das macht mich verwundbar oder irgendwie sowas. So viele Gegner. Gibt es Gesamtstatistiken? Also wahrscheinlich schon, weil... Der ist schlechter, der Butcher. Okay, das ist jetzt der echte Butcher-Butcher. Wow. Wow. Okay, das ist nicht zu machen, das ist nicht zu machen. Viel zu schnell. Okay. Das ist nicht lösbar. Leute, das ist nicht lösbar. Schaut euch an, wie schnell der ist. Und wie viel er abzieht. Ich habe keine Tränke mehr. What... The fuck? Wir gehen zuerst in die andere Richtung. Ich sehe aber, was sie taten. Ähm... Der Butcher in Diablo 1 war ein super furchteinflößender Gegner. Er macht die Tür auf. The Butcher. Fresh meat. Nein, The Butcher sagt er natürlich nicht. Ähm... Wir wussten schon bereits, äh... Beim Eingang in die Kathedrale... Dass der Butcher irgendwo im zweiten Level ist. Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun... Wer... Wer bist du? Wer bist du? Wir... Wir schaffen das nicht allein. Wir kommen nur hier raus, wenn wir kämpfen. Ja, doch. Überlebt den Angriff? Wo sind denn die Abenteurer? Könnt ihr mir das vielleicht mal sagen? Wer muss überleben? Ich weiß nicht, wo... Wo diese Leute sind, die ich verteidigen soll. Ist das hier? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich glaube, ich habe es verborgen. Die sind woanders. Ich glaube, die sind woanders. Ich glaube, die sind woanders. Aber einer hat überlebt. Also ist doch auch schon mal was. Sie war halt ganz woanders, aber egal. Ne, das war doch das. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Hm. Hm. Ich meine, das Buch hätte ich zumindest. Selbst wenn ich... Ich würde... Ich versuche folgendes. Ich versuche folgendes. Ich gehe da nochmal rein. Hol mir die Kiste und dampf hier ab. Und, ähm... Viele coole Sachen. Jetzt kam er nicht, ne? War das ein... Vorgeschmack auf den Boss? Weil er der Boss ist? War das... Wie so eine Art Invasion? Wo war ich? Ja, oder vor. Genau. Ich weiß, was sie taten. Äh, denn... Im ersten Teil war der Butcher echt eine gruselige Sache. Im zweiten Teil irgendwie schon nicht mehr so richtig. Und im dritten war der Butcher ein... Pro-Restler. Ich hätte mit meinem Zaubertrick ein bisschen warten sollen. Der ist viel leichter als der Butcher. Ich glaube, für den Butcher braucht man vielleicht zwei Leute oder so. Jedenfalls irgendjemanden, der richtig viel Energie tanken kann. Also definitiv nicht die Magierin. Jetzt kannst du ja Leute holen. Hol sie dir. Aber jetzt kommt wieder keiner, ne? Ja, dann wird's das jetzt wohl gewesen sein. Und tschüss. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist schade. Egal. Oh, jenisch. Mirim. Mirim! 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 Okay, komm, schmeiß irgendwas anderes dafür raus. Ich weiß zwar nicht, was Schlagstab genau bringen soll. Den Butcher will ich gar nicht mehr aufsuchen. Ich glaube, ich war aber schon mal in den Archiven, oder? Ich habe jetzt zumindest keinen neuen, wie heißt das, Fokus? Nee, wie heißt der Quart? Codex. Keinen neuen Aspekt. Ich glaube, ich habe keinen neuen Aspekt bekommen. Ich habe dein Buch und bin gestorben, deswegen. Also bitte gib mir was Gescheites. Ich lese dir ein Gedicht aus dem vergessenen Codex vor. Gut, lasst mich diese Beschwörungsformeln richtig ordnen. Wärt ihr so nett, die Elementarfeuer zu entfachen? Wenn es dringend sein muss. Funken des Kipfel der Erde. Fluten des Höhen des Windes. Erhöret uns. Einige dieser Seiten wurden wohl beschädigt, aber ganz gleich, ich kann die Bedeutung nicht schärfen. Ein unvollständiger Zauberspruch war ja schon immer kein Problem, ne? Seid ihr sicher, dass das klug wäre? Richtig. Weil ich bin nämlich auch Zauberin. Ich, ich, ich kenne... Wenn ich tu das Vorsicht, mich von den Geheimnissen dieses Buches abholen. Dann wirst du wohl gleich sterben. Ich bin zu weit gekommen. Oh, große Kräfte der Elementargewalten. Hüter der verborgenen Tore. Du stirbst jetzt halt. Das, das war's. Ähm. Kasper, ey. Hm, etwas stimmt. Alles wird plötzlich rot. Ich, ich weiß nicht, was ich... Ich glaube, deine Interpolation war scheiße. Ja, dann, äh... Das hier raus, das rein. Features der Klasse freischalten. Verzauberungsplatz freigeschaltet. Oh. Passivversionen der Fertigkeiten zu erhalten. Weist Fertigkeiten Verzauberungsplätze zu... Ah, ja, okay. Das ist natürlich cool. Schauen wir mal, was wir haben. Kombo-Blitze. Wenn ihr einen Gegner betäubt, besteht eine Chance von 40% drei Kombo-Blitze zu haben. Kettenblitz bildet sich automatisch, wenn ihr 100 Mana verbraucht. Chance von 8%, dass ein Meteor auf den Gegner fällt. Alle 15 Sekunden bildet sich über euch ein Blizzard. Das ist witzig. So, und dann... Meteor. Ich finde, es soll... Stürme und Sachen regnen. Können wir auch diese Mega-Zauber da reinmachen? Wahrscheinlich schon, ne? Nee, die irgendwie nicht. Ich glaube, die gehen nicht hin. Gut, hm. Wo wollte ich hin? Nein, 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 nein. Stopp. Was auch immer da gerade rum... Ach, das ist der Blizzard. Das wird mich so nerven nach einer Zeit. Die ganze Zeit, du läufst irgendwo hin und dann wieder... Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, was ich hier Schönes bekommen habe. Und der Rest fliegt wieder in die Tonne. Was ist denn damit? Glorreicher Stab der verzehrenden Flammen. Ist ein bisschen stärker. Solange Gegner von Schaden über Zeit betroffen sind, der ihr maximales Leben übersteigt, fügt ihr ihnen 72% mehr Verbrennungsschaden zu. Das klingt total kompliziert, aber mach mal. Rüstung. Mehr Rüstung. Mach. Ja, Sieb, was geht? Wo ist sie? Sind die alle mal voll weit weg? Der Stützpunkt ist echt immer ein paar Level über dir. Bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich. Oder vielleicht, bis man hier genügend anderen Kram... Keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt... hier hin und dann hier hoch. nicht da. Ooh. Bis zum nächsten Mal! äh, hier drin geheiligtes Beinhaus richtig geheiligtes Beinhaus dein Wille geschehe wie im Himmel so im Beinhaus sieht cool aus, mal wieder ein bisschen was anderes von der Optik her keine Hektik schiebst nur Optik Maskopnik, Rapshit from Disc Jockey Immun gegen Eis glaub ich nicht da ist es wieder aufgeschwemmtes Leichenscheusal torkelnde Leiche ich fand, äh, das Wurmlock in Akt 2 von Diablo 2 fand ich mega cool hey dann 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 Jetzt bin ich halt immer nur verwirrt, wenn irgendwas da vom Himmel herabregnet. Ist das gegen mich oder? Ah, ich brauche wieder diesen Animus-Scheiß. Okay, okay. Die armen Viecher tun mir so leid, weißt du? Die laufen rum plötzlich. Obwohl du im Raum bist, ja? Sie dachten, sie waren geschützt, ja? Vor jeder Witterung. Die Pestmaden und torkelnden Leichen. Aber nein. Als Salia ihre geheiligten Fallen betrat, begann der Hagelsturm auf sie herab zu peitschen. Und ein Meteor kam auf. Sie hatten keine Chance. Mein Name ist Pomuxliček. Oh, Pomuxliček! Habe ich das schon mal gemacht? getötet, geburt, schatzt und geförtert. Als ich an diesem verlassenen Ort starb, wurde mir keine Gnade desirat. Nee, das habe ich mit Stierat, glaube ich, schon mal gemacht. Dieses Gelaber kommt mir bekannt vor. Die Stimme ist schon ganz geil, ja. Jetzt ist Blut, mein Gnade des Zwecks weg. Ich werde mich vom Nebenwasserwelt lehren. Für immer. Du hast auch Meteore? Schön für dich. Aber ich habe die Plülerin. Bringt den Blutstein zum Test. Was denn für ein Blutstein schon wieder? Wo? Ah, guck mal hier. Hier sehe ich was. Der Blutstein. Warum liegt der Blutstein einfach so ein paar Meter neben dem Blutstein-Podest? Ist das sinnvoll, wenn das der Schlüssel ist? Ja, wahrscheinlich so wie Leute im Garten irgendwie unter einem Stein. Der Blutbischof unter einem Stein ihren Hausschlüssel reinlegen. Was passiert, wenn das aufplatzt? Will ich es wissen? Hm. Das hat echt gefetzt, Mann. Ja! No! No! No. Nein! Okay. Das geht, das geht. Da. Und was war das? Ich weiß nicht, wohin das gehörte, was ich gerade gemacht habe. Ah, ich wollte ja noch die Rüstung anschauen. Ja, mach's gleich, hm. Gehen wir erst mal hoch und dann rechts direkt rüber, hier rein. Den Pfad nach oben. Ich würde gerne mal die Weltkarte im Ganzen sehen irgendwie, als 3D. Also einfach von oben alles, hm. Ob das alles zusammenpasst. Oder... Ob das ein Haufen Scheiße ist. Du, ich gehe morgen zum Bärenstamm. Kommst du mit? Ja, ja, okay. Möchte ich gerne sammeln Knochen des Eisklans. Das können wir machen. Ich bin krass genug. Wie ergeht das dem Stamm? Okay. Wir stellen diesen Koller. Ich werde das... Wenn ihr einen Stützpunkt erobert, wird das Gebiet vom Bösen geläutert. Und das bedeutet genau was? Stufe 34. Ist halt... Ist halt blöd. Gehre. Okay. Beinschutz... Unique. Mhm. Rüstung. Was ist das alles? Latschen. So. Reißrüstung. Okay. Habt ihr einen Schmied? Dankeschön. Der Rest kann nämlich fort. Oder der Rest... Ja, der Rest kann weg. Bam. Er hat was Leben in sich. Okay. Erobern wir... Dieses Ding. Geht wahrscheinlich nicht. Weil ich wieder... Aber... Das ist ja irgendwie der Gag. Kann es sein, dass... Also so habe ich es jetzt zumindest verstanden... Dass diese Strongholds... Immer im Prinzip zwei Level über mir sind. Ja, das ist ja irgendwie... 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 Wieso war dann das hier so krass? Und was ist das hier? Irgendwas habe ich gerade gekriegt. Dann wäre das natürlich krass, weil dieser Stützpunkt, den ich beim letzten Mal versucht habe, da war der Boss halt brutal. Und wenn der mitlevelt. Okay, ich glaube, ich muss hier hoch. Hier hoch. Und dann ist da oben irgendwie so ein... Irgendwas ist da. Ja, guck mal. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay. Ah, das ist so gefährlich. Eingefroren zu werden könnte wirklich der Tod sein für mich. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay. Dieses dünne Eis hält so viel aus. Dafür, dass es dünnes Eis ist. Aha. Okay. Stärke wurde erhöht. Da oben ist noch einer. Kommt der denn noch einmal her? Das ist ganz schlecht, was ich hier mache. Das ist entsetzlich, was ich hier mache. Ja, 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 ja. Und tot. Wo kommen die denn auf einmal alle wieder her? Ja. Jo, er ist wieder voll. Aufgemein. Okay. Oder ist das der andere wieder? Einmal noch. Und dann gebe ich das auf. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Nein! Okay. Ich gebe auf. Also gut. Knochen des Eis-Clans sammeln und ein Dungeon fertig machen. Easy, baby. Wie? Wahlweise könnte man natürlich auch jemanden einladen, der mir hilft, dieses Ding zu machen. Das ist dann die Elden Ring-Strategie. Zerstört Skelett-Konstrukt. Okay, aber das hier müsste ja irgendwie gehen, oder? Frostiges Helm? Hä? Falsche Taste. Äh, Flammenwand. Ich könnte auch langsam in was anderes investieren, aber irgendwie... Keine Lust. Nein! Da ist er schon wieder! Warum ist er da schon wieder? Wo kommt das denn auf einmal her? Okay, aber dann ist es tatsächlich so, wie ich vorhin dachte. Also er... Er kommt halt ab und zu. Vielleicht wenn man ab Level 30 oder so... Taucht er vielleicht ab und zu in Dungeons auf? Und mischt dich ein bisschen auf, ja? In der Luft. Und warum kann ich nur einen Knochen pro getötetem Eis-Clan-Monster mitnehmen? Die haben doch wahrscheinlich sehr viele Knochen. Erkennt... Wer auch immer ich... Oder... Für wen auch immer ich dieses Zeug überhaupt hole, erkennt der das? Oh. Das war eine gute Ausbeute. Ja, komm mal. Hier, 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 hier. Das ist gut. Das ist gut. Boom, 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 boom. Ja, hier, hier. Ey, vampirisch ist auch so ein... Ah, sie, scheiße. So, Schluss jetzt. Die, diese Dinger da. Ich weiß nicht, wie ich mich gegen die wehren kann. Aber ich muss, wenn ich diese seltsame, ähm... Festung da erobern will. Dann muss ich mich da gegen diese Sachen wehren können, irgendwie. Das ist so schön. Ich meine, so geht's gut rein alles, hm? Und Azurius Schlotterschlag. Das ist der Bruder von, äh, Dr. Pippa. Okay. Okay. Begebt euch nach Fleischhöhle. Das ist dann... Ist das das, wo vorhin die Tür war? Quasi. Also da oben. Ja. Was auch sonst. Monstrosität der Kasra. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Machen wir noch ein paar Upgrade-Sachen. Und dann reicht's, glaube ich. Und dann reicht es, glaube ich. Und was mache ich hier noch? Findet Kaula den Sammler. Ja, okay. Gut. Den finden wir noch, wenn wir eh schon hier oben sind. Er kann ja nicht weit weg sein. fun. Ja. 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 Ah, da ist er. Ich dachte, das ist ein netter Kerl, der Sammler. Ah, verdammt, der hat Vampirismus. Das ist so nervig. Jo. Gut. Und hier oben ist die Mutter Oberin. Komm, machen wir das auch noch. Wahrscheinlich ist da die... Da ist sie gar nicht direkt, sondern das ist nur der Eingang. Okay, okay. Warum bleibt immer so viel? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Zu viel Scheiße. Okay, hat es sich gelohnt. Hat es sich gelohnt. Oh, Portunist tötet einen. Was? Extrem. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Eigentlich nicht. Ich wurde hingeschickt, aber ich glaube, erwarten tut sie mich nicht. Ihr wart gute Soldaten. Habt hart gearbeitet. Und gekämpft. Und getrunken. Ja gut, so ist das Schicksal. Brüder, Schwestern. Ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden. Vigo? Was tut ihr denn hier? Wer war Vigo? War das der, der mich ganz am Anfang da gefunden hat? Ne, das war ein anderer. Oder? Doch, das war der. Das glaube ich nicht. Gibt es hier vielleicht ein Waitpoint? Nein? Na, dann höre ich mir mal noch an, was sie zu sagen hat. Ich will auch die Türen aufmachen, indem ich einfach nur bedrohlich schaue. Vigo hier meint, ihr wäret tapferer gewesen. Ah, nein, Vigo war der aus der Mine, oder? Der abgezischt ist. Zuerst müsst ihr das segenswürdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanktuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Herrgott, wie oft muss ich denn noch mein Zeugs läutern da? Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier. Okay. Ich hole mal hier noch alles ab. Buff meinen Trank und ab dafür. So, war ich gut oder war ich gut? Zersplittert und gebrochen, wie es sein sollte. Eine würdige Opfergabe. So, viel Spaß damit. Und du kriegst auch noch was. Ausgezeichnet. Euch gebührt die Ehre, den Schädel aufzuhängen. Lasst Freund und Feind wissen, dass ihr die Bestie besiegt habt. Mio. Darf ich... Na, ich dachte, ich darf es... Ah, hier. So. Yes. Okay. Dann. Hier, den ganzen Scheißdreck da. Ein Ring. Für Zauberer. Gegen Feuerschatten. Glückstreffer-Chance. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hm. Rest kann wieder fort. Hier. Nimm. Dann mal reparieren. Und aufwerten. Wie sieht es damit aus? Ne, mir fehlt noch irgendein Quatsch. Hier. Okay. Kann ich hier vielleicht Sachen reinmachen? In die Waffe. Was wäre denn cool in der Waffe? Plus 5 Schaden über Zeit. Plus 7,5 sind kritischer Treffer. Überwältigungsschaden. Kriege ich das Zeug da wieder raus? Na komm, mach rein. So, bei Schmuck haben wir 14 Schattenwiderstand. Kältewiderstand. Hört doch gut. Wir haben hier Kältewiderstand. Dann haben wir noch einmal Rüstung. 5% Reduktion von erlittenem Schaden über Zeit. Plus 12 Dornen. Schadensreduktion bei Kontrollbeeinträchtigung. Okay. Nehme ich. Ob es das bringt, weiß ich nicht. Aber vielleicht. So, was wollte ich machen? Trank. Trank. Das geht doch ab. Möge das Licht über euch wachen. Wunderbar. Wir haben einiges geschafft. Und jetzt wird heftig gestorben. Das ist wohl leider so. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Freunde, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Diablo 4. Bye, bye.